Yo, 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 YouTube! Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wo sind wir? Wieder bei Mixteinfest natürlich. Letzte Woche hat sich leider der Kollege, mein Cousin Hüseyin sich ein bisschen übergeben, ja. Es war schon ein bisschen ekelhaft. Jetzt haben wir den jüngeren Bruder hier. Mal gucken, was wir mit dem machen. Gucken wir mal. Meinst du, du kannst es? Natürlich, ich kann es. Meinst du, du bist so ein bisschen schlau genug und kannst mal ein bisschen wiegen und so. Natürlich. Natürlich. Oh, oh, wiegt du als erstes das Ritual? Oh, Boah. Okay, ich glaube schon. Du hast schon? Ich habe irgendwas, ja. Drei, zwei, eins. 110. 114. Boah. Puh. Warte. Mach auf. Ja. Scheiße, ich glaube, ich habe verloren. Mach. Safe wenig. Oh, 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 oh. 127. Ja, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Respekt. Ich bin der Erechte. Respekt. Okay. Hast du das Trinkbäckchen? Weiß ich nicht. Aber es ist mir scheiße. Egal, du wirst verlieren. Aha, das muss hier rein. Hallo? Ach, du wolltest eigentlich leider machen. Wo ist eigentlich der Verlierer? Egal. Nächster. Okay, okay. Machs doch schon. Rein. Nächster. Hast du den Chef direkt? Direkt hast du? Ja, ja. Drei, zwei, eins. 170 Chef. 205. 205. Foto direkt. Gib ihm. Macht er das? Ja, ja. 197, ich bin näher. Ja, Mann. Ja, Mann. Wie viele Produkte haben wir? Warte mal ganz kurz hier, mein Lieber. Tu mal rein, komm. Nein, du denkst jetzt, wenn du eins hast, dann musst du alle drei holen damit gleichzeitig. Genau. Okay, aber ich will nur mal sagen, dass dieser Kollege hier, mir in Sprachmiveau oder im Video sogar, hat gesagt, hör mal zu, du hast meinen Bruder ein bisschen zum Kotzen gebracht, hin und her, die ist da, so und so. Und dann mach so, Auto so machen, ich mach so, aber ... Unfall. Ja. Was war deine Ansage? Ich hab gesagt, heute wird sie getötet. Okay. Dann trinken gleich. Mhm. Hast du schon? Gut. Hast du schon? Ja. Drei. Zwei. 158. Drei ... Ja! Jetzt gibts doch nicht, eben. Nach complicado. Weniger. Jao Junge! Ey, das ist doch eng. Boah, blup. Wie schön, dass du gemacht hast, okay? Ja, blup. Ja, blup Was hat's gemacht? Blub, blub. Äh, äh... Wie steht's? Aber warte mal, 3-0 für dich. Ja, okay. Aber was ist, wenn 3-3 steht? Betabensch. Aber was passiert dann? Ah, wir gucken dann. Okay. Ihr habt's gehört. Wir gucken. Wir gucken. Okay, 3-3 hilft, jeder trinkt ein bisschen. Okay. Okay? Okay. Okay? Okay. Hand drauf? Okay. Was ist das? Das Wustensaft, glaube ich. Was ist das? Das, was du schon erraten musst. Wustensaft? Ja. Ey, Digger, was das, Mann? Ekelhaft. Pfu. Am Ende ist es noch Dolamine, aber. Fass schon. Ich weiß nicht. Ja. Russenzeug fliegt schon ein bisschen mehr. Das ist dickflüssig. Wow. Ich sag das noch. Hast du? Ja. 2, 2, 1. 138. 138. Ich finde ihn. Bitte. 105? 138. Nein. Warte mal. 138. Das sind 138 minus 121. Das sind 17. Ich hab 105. Ich bin leer. Scheiße, der ist leer. Ich bin leer. Wir können doch gerne im Taschenlischermachen. Nein, alles gut. Der ist leer. Der ist wirklich schnell. Hättest du 130 geschrieben, dann wärst du nicht. Dann fällig wie ein Mann, aber trinkst. Ja. Vielleicht trinkst du das für was? Ich kann nicht mehr trinken. Also, das gibt's keine. Ich trink nicht. Entweder trinken wir beide zusammen. Oder du trinkst. Ja, Mann. Ja. Stimmt. Ja. Hä? Jetzt. Fack. Das ist schwer. Das kann ich wirklich nicht einschätzen. Gar nicht. Das kann ich jetzt wirklich nicht einschätzen. Das kann ich jetzt wirklich nicht einschätzen. Zeig doch mal zur Kamera. Was ist das? Walmüsse. Das ist nur Studentenfutter. Okay. Weißt du's? Boah. Schon gut. Ich weiß selber nicht. Ich muss einfach nur raten. Das Ding ist... Ich weiß. Hast du? Ja. Drei. Zwei. Eins. 146. Schon knapp. Ich glaub ich hab beide abgekalt. Das... Das wiegt gut. Ich glaub ich hab aus Braun. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Ja, Mann. Mach langsam rein. Das kann ein bisschen komisch händen. Krass aber. Respekt. Jetzt... Da fehlt noch. Was ich da machen? Okay. War's okay? Guck mal, du hast ja eh gemacht. Ja. Wenn ich sage, mach den letzten Zutat auch rein, ohne zu spät. Dann muss ich aber weniger trinken, als davor wie mein Bruder. Okay? Okay? Nein. Warum? So, das gibt's nicht. Okay. Du hast gesagt, wie ein Mann verliere ich und wie ein Mann trinke ich. Okay. Und du hast eine Ansage gemacht und du hast gesagt, ich werde nicht töten. Hast du zu mir gesagt, was ist passiert? Ich hab dich genommen. Bitte schön. Ah, ich wollte gar nicht fliegen. Scheiße. Scheiße. Tut mir leid. Scheiße. Ja. Du kannst nicht rufen. Du wirst eh fällig. Du wirst eh kotzen. Und deswegen... Kannst du deswegen sagen? Was sagen? Schreiben und dann sagen. Ja. Was meinst du kotzen, meinst du? Nein. Kannst du kotzen, meinst du? Nein. Das soll ich auch gucken, okay? Nein. Drei. Zwei. 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 Zweie. Zwei. Zwei. Nein, warte. Es sind los. zweie t defending. 250. Was habe ich gesagt? 248. Junge, du spielst nicht gut. Ich habe hier mal was dabei. Einen Müll bitte. Falls du kannst nichts. Okay. Strom habe ich hier. Einer ist weiß. Schade krass. Ganz kurz. Die ist einfach auf wie so ein Milchschick. Einer meinte ich mit krass. Er meint sah auch gut aus. Nein, nein. Seiner sah schon aus wie Vanillepudding. Da muss ich selber fahren. Aber wie man das macht. Okay, das reicht für dich. Okay. Achso, das brauchst du jetzt. Hier ist ein Glas für dich. Schön. Schön. Du machst. Winus Rett. Kennst du Winus Rett? Genau, genau. Das reicht dir. Fener değilmiş, ama biraz abartın, valla. Valla, ich merke grazi, glaub mir das nicht. Ich wüsste, ey, wie kann man nur alles essen und trinken halt? Wie kann man nur was machen? Das war's, vorbei, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bis zum Ciao. Ich will noch was sagen. Was hab ich gesagt? Ich trink das wie ein Mann. Tamam, okay. Baba ist so viel. Ciao. Okay, ciao. Ewa.